Aber Ronaldinho's E-Sport Team hat sich bei mir gemeldet, die meinten, dass Ronaldinho gerne zu meinem nächsten Offline-Event kommen möchte. Das finde ich sehr verulgt. Hier, das E-Sport Team von Ronaldinho hat mir geschrieben, hoffentlich liege ich jetzt hier nichts. Hallo, hallo, Leo, how are you? Nice, congrats for your amazing project in FIFA. Next live event, R10, would love to be invited. Fizzle is ready to go. Nice. Dann habe ich geschrieben, äh... Hello, thank you. Message. Invite, yes, no, another cup. Und das ist das richtige Team von dem, habe ich nachgeguckt, habe ich mir nochmal sagen lassen. Also vielleicht gibt es dann ein paar Copacabanas da am nächsten E-Sport-Dings da, weiß ich nicht, in Maracanã. Hat Edy geschrieben, ich habe auf jeden Fall den englischen Text geschrieben. Da bin ich da erstmal raufgegangen und das ist das E-Sport Team von Ronaldinho. Der hat ein E-Sport Team auf Twitter. Was? Ja, der hat mir geschrieben, also ich weiß nicht, ob es, aber das ist die offizielle Seite auf jeden Fall. Die haben mir geschrieben. Wo, der Mann ist beim nächsten, der ist beim nächsten, beim nächsten Cup dabei. Ihr hör mal, was hast du mit dem Maracanã? Die stehen auf mich, ich schwör's euch. 191er Draft, ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, es ist machbar durch die neuen Prime-Icons. Fünf Stunden später. Nein. Oh mein Gott. Jetzt habe ich alles gesehen schon wieder. Oh, nein, 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 nein. Was ist da jetzt wohl passiert? Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, Headliner, okay. Ja. MWP, MWP Headliner, MWP Headliner. Oh mein Gott, nein. Äh, ich habe sowas gemacht. Nein, nein, ich habe MWP gezogen. Ich habe MWP, ich habe MWP gezogen. Echt? Ich habe MWP gezogen. Oha, also. Ich habe MWP gezogen, aber untrayed. Will da wer hin, ihr, warte, Kovatra. Warte, ist das Feuer, was ist los mit denen? Und hier ist halt auch geil, wenn du da einfach so durchbrechen kannst. Ja, moin. Traumtor. Willkommen in London, willkommen im Tottenham Hotspur Stadium. Wir begrüßen Sie zu diesem Spiel. Ich mache Stimme zuerst. Ja, ich gehe da nicht rein. Geil, Tempo Boost und er steht hinten drin. Und ich kassiere dann gleich den Konter. Ja. Er ist doch der Beste, man. Maradona. Maradona! Äh, da ist eine... Einen Wildcard gekommen, also so ein... Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich habe es gemacht. Best of Belay 95 bei Amar. Was? 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 Halt's Maul! Halt's Maul! Nein! Nein! 10 Packs und wer den teureren Spieler von euch zieht, sozusagen... Brasilien! MS! Und es ist Billy! Und ich hab sie gesagt! Und ich hab sie gesagt, du Kling! Wenn jetzt nochmal Filet rauskommt, wäre krank. Billy! 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 Das ist auch eine komplett unnatürliche Fußbewegung. Und dann ist sein Ginola durch und schiebt ihn rein. nur look pass ja frisch jemand du 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 jungen hat gerade einen skill gecancelt der hat einen der hat einen shot fake gemacht nein boah junger warum kannst du das wurde erst fett jetzt habe ich einfach auf einmal und das von dir gelernt das habe ich einfach auf einmal und das von dir gelernt mach nein nein es ist gerade nicht passiert es ist gerade nicht passiert Ungarn Uruguay gibt es auch ne Ungarn U 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 der soll den da einfach runter hängen lassen das geht gar nicht der hätte ihn eigentlich blocken müssen rein theoretisch das ist jetzt der offizielle Beweis das ist der offizielle Beweis dass dieses Spiel verkauft ist das ist weil das ist getunnelt nicht möglich wieso nicht weil ich würde es dir zeigen es geht eigentlich bis hier hin er hat drei Beine das geht gar nicht das ist das ist der offizielle Beweis dafür und was hat der Gegner jetzt von eben geschrieben ich habe gegen den schon mal gespielt und jetzt mocks heute voll rein das ist leider tor der woche muss man so sagen was haben wir hier äh piknik wird doch jetzt ich habe kein Bock drauf der fackt mich voll ab habr die gar wer ist es mit dem ich da gerannt bin oh ho ho oh mein gott die gar nicht mal einfach clown version von mara donna willkommen Soviel zum Thema feinstofflich und grobstofflich, hier hat der Arsch immerhin ein Tor gemacht. Soviel zum Thema feinstofflich.